Ich finde es eine mega coole Aktion, einfach auch Fans mit Profiathleten einfach auf den Berg zu schicken, den Sport nahezubringen, einfach mal zu zeigen, was wir in unserem Alltag machen und deshalb glaube ich, dass es eine sehr coole Gelegenheit ist, eben gerade im Traummoment es den Leuten zu ermöglichen. Wir haben am Anfang gar nicht so damit gerechnet am Ende Wir haben uns dann einfach mal beworben oder eher gesagt, meine Freundin hat sich einfach mal beworben und ich habe mich natürlich mega gefreut, als ich es mitbekommen habe. Vom TQ Traummoment erwarte ich mir heute, dass ich mal über mich hinauswachse, ein bisschen meine Grenzen austeste und was Neues lerne. Okay, packen wir es! Ich finde es cool, dass TQ Fans mit Profis in den Park schickt oder allgemein auf die Pisten oder in ihre Sportarten schickt, weil erstens Bewusstsein schafft, zweitens es natürlich immer cool ist, wenn mehr Leute für unseren Sport zu begeistern. Und ja, deswegen finde ich das eine ziemlich coole Sache und hoffe, dass das auch in Zukunft weiter so vonstatten geht. Das Beste für mich waren die Sportler selbst. Die haben uns viel geholfen, viel unterstützt, bei Fragen immer das Richtige gesagt, was wir gleich umsetzen konnten. Und das war tatsächlich einfach so das Beste vom Tag für mich, dass alles, was gesagt wurde, einem viel gebracht hat. War mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht, ich habe richtig viel gelernt, bin überwiesen aber hinausgewachsen und hatte eine richtig gute Zeit. Also es ist einfach super, dass die Q sowas für uns ermöglicht. Ja, man sieht es halt sonst einfach nicht oft, man erlebt es nicht oft und deswegen kriegt man da einfach eine andere Sichtweise drauf. Und ja, die Möglichkeit hatten wir heute einfach und das ist was ganz Besonderes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.